willkommen leute zu einer weiteren runde showdown mit mav zockt und maru wir zeigen euch jetzt das fishy business in dem modus one man army wir gehen davon aus dass es einen gibt der mehr aushält und niedergestreckt werden muss aber ob das auch stimmt ich war ja server ich hab da war gerade so ein bisschen das war dein auftritt verdammt ich habe ihn versaut ich schneide ich alles raus fällt keinem auf zack auf einmal so ich bin ja ich habe so ein agent okay stimmt ich bin ein agent mav zockt wird mir auf der karte angezeigt jagen wir ihn wieso hast du eigentlich einen katan ich habe einen raketenwerfer ach du spawst immer mit einer anderen waffe alter er ist nicht dauernd wir haben ihn gleich ja jetzt nicht wie so ein louis da oben louis er ist doch nach unten er geht nirgendswur hin er geht nirgendswur hin da lucat ist das neue ziel ach das ist das schönste rotzinn dafür schade ich dachte ich könnte direkt abschießen ah irgendwie es ist mal ab was du schießt auf warum hast du mich getötelt weil du auf mich geschossen hast hab ich gar nicht natürlich von oben kam ein schuss auf mich runter nein ich hab von unten nach oben geschossen nach oben von unten einen schuss bei mir ach ich dachte ich wollte mit der axt töten ach was tötest du mich ja ich hatte grad zeit scheiße ich hätte nicht für den mutter hätte ich glaube ich nicht das rifle nehmen sollen ich habe einen schuss ich weiß gar nicht kämpft man auch gegen einander ne ne man kämpft nur gegen den typen der der du kannst mich halt umbringen damit du ihn halt kriegst boah die sniper rifle mit einem schuss moh komm mach ihn plant zack schnitz ah oh alter in alle einzelteile zerballert die ist schon angemacht drei runden also man kann einstellen wie viele runden das gehen soll ah ok das war runde eins glaube ich der leader beginn was habe ich denn für einen geilen skin ey ok sniper rifle ist nicht gut für den modus wo man quasi netto one on one kämpfe kriegt man hat noch überhaupt keinen achmaru ist wieder der derjenige welche bei drei leuten ist das nicht so gefährlich Nauw ich hab ihn fast mach ihn platt komm schon warum will er denn hin Wo will er denn jetzt hin? Nein! Ich komme jetzt! Nein, ich hau auch noch drauf auf sein Kadaver! Ey! Ich hau ihn! Wieso werde ich nicht geheilt? Und wieso kann ich mich nicht heilen? Wie ein Henchman bist! Grüß ihn her Bobble! Der Bobble, pass mal auf ey, der wird jetzt hier überleben! Bobble Otastisch, hau ab! Ich hab ihn fast! Du hast wenigstens ne richtige Waffe bestimmt gehabt beim Spawn! Ich hab immer noch meinen Schlagstopp! Ich hab einen Katana gehabt! Ne 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 Machete hatte ich! Ich bin ja nicht hoch! Jetzt kommt er runter, jetzt kommt er runter! Er rutscht runter! Alter! Ich spawn doch immer nur mit ner scheiß Nahkampfwaffe! Nein! Ich kann meine blöde Waffe nicht nachhaben! Kommt ja nicht hoch die Ecken! Nein! Ach man! Da oben! Was war das denn mit? Aber wie komm ich denn da hoch? Wie kommen wir denn von da unten schnell nach da oben mal? Och man ey, das Gewehr ist echt kacke! Das ist eigentlich geil, aber... Ja es ist geil, aber nicht mit dem Modus! Ich bin nur mit dem Seil so gestorben! Ich bin nur mit dem Seil so gestorben! Ich bin nur mit dem Seil so gestorben! Ich muss Mav anfangen! Ne, Dalu muss ja anfangen jetzt als... Ich bin an! Wenn die da beginnt! Aldi! Exosiert grad alles! Ach ne Quatsch! Der ist der Freund! Ups! Ich hab auf nicht Dalu geschossen! Boah! Ich bin voll reingesprungen! Dein Showdown ist Fliegen am Wechsel oder was? Offensichtlich! Was soll ich denn? Ja, ne die Waffe ist! Och! Einen Schuss und dann hängen sie da! Boah! Wir haben nicht damit gekillt! Ah, Mav hat gewonnen! Warum? Ich hab mehr Kills gemacht! Echt? Tja, schön! Nach Coolness Faktor! Oh, ich bin der Herr der Kugeln! Ehrlich! Ich bin der Phönix! Ich bin Ren and the Guana! Du hast mal abgewonnen! Und was haben wir noch für einen Modus? Das liegt am Coolness Faktor! Lass uns den noch mal zwei... Okay! Möchtest du nicht eine andere Waffe nehmen? Ja stimmt! Ich muss einen anderen Charakter nehmen! Entendlich egal! Ich glaub du startest sowieso mit einem Ren and Charakter! Nee! Aber wenn du dran bist! Wenn du dran bist, dann zählt er schon! So jetzt! Ich brauch den Rocket Jump! Ich brauch den Rocket Jump! Und jetzt mein Rocket Jump hat das scheiße Weifel! Und nicht! Aber nimm nicht das Fishy Business! Nimm dir das Banditenlevel! Jetzt kommt die Banditenfestung! Battle of the Bandits! Bot B! Oh Gott! Geht los! Boah! Ich hab'n Baseball Schläger! Ich bin ein... Ich bin ein Magikatyp mit nem Schwert! Ich hab'n Baseball Schläger! Nööööö! Sonst wär's weg gewesen, ne? Toll, ich hab so'n langsam beschwert! Ja. Batesboy Schläger. War das krass, ey! Mario ist auch tot gegangen. Nee, ich wurde respawnt. Ah! Raketenwerfer! Hey, wie komm ich denn da hoch? Okay. Wollen wir runter. Schicksen. Ah! Ist einer mit dem komischen Steinlegen gefahren. Oh nein, ich hör schon wieder, wie ich so'n Riesenschwert hab. Playtime is over. Das riesige Schwert ist so schlecht. Ja. Ja. Ah! Scheiße! Der kommt doch raus, wenn du tot bist. Wie gemein ist das denn? Ich dachte, der kommt nicht raus, wenn ich dich umbringe. Ich dachte echt, der kommt nicht mehr raus, wenn ich dich umbringe. Wie gemein. Oh, der hat langsam ein Schwert schon wieder. Er ist nach oben! Komm, aber nicht nach oben. Ach, ey! Hey, ich hab euch beide ausgezogen und dann steh ich da. Ja! Ja, so mach. Ja, aber diesmal hab ich ne AK. Hab ich ne Raketenwerfer. Diesmal können wir schießen. Wo ist er? Das heißt nix. Oh, du hast einiges. Wieder runden. Okay, wir suchen ihn jetzt. Den Versteckling. Den Versteckling. Pass mal auf, ey. Na ja, man schreckt das nicht! Einen schönen Tag noch. Man kann die Raketenwerfer nachladen, indem man ihn schnell dreht. Indem man ihn schnell dreht. Er ist ganz oben, er ist ganz oben. Ja, das Problem ist, ich komm diese Ecke hier nicht hoch. Weil er nicht hoch rennt, wenn man ran springt. Na komm! War das skillig, oder was? Du hältst dreimal mehr aus, als wir. Ja, ja. Der Modus ist, glaub ich, erst mit acht Leuten richtig sinnig. Wahrscheinlich. Der tolles Weißer macht, dass man drüber springen muss über die Rakete am Ende. Unfairer Vorteil. Frech, ja. Ja, ja. Ich, ich, ich möchte nen, äh, Rematch. Ich möchte die Zeitlupe sehen. Und dann vor einem Niedergericht, das ist... WAH! 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 Shit! Oh Gott, ich hör's schon. WAH! Jetzt holt er aber auf hier. WAH! WAH! Da kam auch einer geflogen. Und tschüss. Jetzt mal flüchten, bis das Schild wieder da ist. Umdrehen und... Wir können uns ja nicht mehr verbinden. Nein, du kannst gar nicht, du hast keine Fähigkeit. Und du kommst halt mit dieser Standardknarre da rauf. Mit irgendeiner. Oh Gott! Oh Gott! Der Schatten hat dich verraten! Mal auf! Oh, so wenig... So wenig Leben! So wenig Leben, ey! Ne, da, du grad. Der hat dich gekillt. Nee, aber ich glaub jeder... Nee, nee, das kommt nicht. Jeder ist einmal dran. Nur entschieden, so. Der anfängt. Oh Gott, da müssen wir gestunnt. Toll, Autofeuer. Komm mal, von oben! Ach nee, du hast noch jeden Nerver. Zu ne! Ja, du kannst schnappen. Friss das! Nein! Oh, zack, ey! Hat er den Fahrstuhl benutzt? Nein! Ah, ist der Mav. Ups! Ich schieb die Nummer ab. So. Ja, voll ab jetzt! Was für Runden? Ne! Reverse Engineered! Hey! Oh! Oh! Da kamen die Beine! Da kamen die Beine an! Oh, Maru hat's gedreht. Er hat jetzt noch die letzten Punkte geholt. Könnte noch zwei Runden. Noch sind's zwei Runden oder was? Ne, jetzt ist letzte Runde hier. Ja? Okay. Ja! 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 Wo war denn das Mart? Was war denn das, Maru? Er kam denn von hinten? Du bist von hinten gekommen, du Feiglinge. Ich bin aus der Tür rausgekommen. Ja! Ne, das ist immer Dardo. Hätte man nicht gedacht, wahrscheinlich. Ne, jetzt fahr er halt. Oh Gott, da kam ein Steinohal geflogen. Der wird direkt vor die Füße eingeschlagen. Wo ist er denn? Er ist doch fast down! Ja, ich hab ihn fast umgehauen. Jetzt spiel ich Baseballschläger mit seinem Kopf. Ja, Mensch hat mich... You're fired! Ja, ehrlich gesagt. Der Klammer ist in der Mangel! Wo ist er denn? Er ist nach oben geflüchtet. Frech. Zieh den hier. Ah, dann halt nicht. Wir müssen ihn feuern. Dich feuern, damit ich die Letzter werde. Den gibt's den Kähn nicht. Nein! Noch gestorben. Da, du gerade, das ist das neue Ziel. Höchste Priorität. Alarmstufe Rot, Leute. Oh Scheiße, mein Rock'n'Jump war viel zu spät. Was? No! No! Double stupid! Oh! Du hast doch Glück gehabt, ey! Good girl! Ich wollte noch drüber springen! Ja, jetzt fliegst du rüber! Ich bin trotzdem Letzter, schade! Meine Leiche gesiegt! Yeah! Yo, damit ist die Folge vorbei! Danke fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Rente Koppel, oder? Rente Koppel! Mit Geri berglar! Hast du Lynn! Hast du Lynn! Der where 새hin Neger in Koppel, oder? Mach es ingr 부�ём! Auf Wiedergalsrufen! Was sind wir aber traCE?